Hier ist ein schaurig schöner Halloween-Streich. Zuerst brauchst du etwas hautfarbene Modelliermasse. Forme die Knete um deinen Finger herum. Verwende dann ein Werkzeug, um den Abdruck eines Fingernagels zu erstellen und färbe den Ton ein. Wir wollen, dass es zu deiner Hautfarbe passt. Als nächstes brauchen wir etwas Kunstblut und schließlich einen Kunstnagel. Gib das Kunstblut auch auf die anderen Nägel, um einen blutigen Effekt zu erzeugen. Äh, ich rieche das Abendessen. Schaut euch das an! Ihr Ernst? Mir wird ganz schlecht. Voll Treffer! Für diesen Look malst du dir das auf die Brust. Für die Mischung brauchst du eine Schüssel. Schnapp dir Schulkleber. Und gieß etwas davon rein. Dann noch etwas Mehl dazu. Gib jetzt ein paar Schnipsel Küchenpapier dazu. Und vermische alles. Nimm einen Eisstiel und verteile die Mischung. Mit einem Pinsel trägst du dann Foundation auf. Wichtig ist, dass es mit deinem Hautton verschmilzt. Nimm dann rote Körperfarbe. Und malen den oberen Bereich an. Und malen den oberen Bereich an. Achte darauf, dass die Schicht dick genug ist. Mit braunem Make-up machst du dann solche Markierungen. Und dann verblende sie ein bisschen. Und malen den oberen Bereich an. Und malen deinen Hals an. Mach das rundum. Vergesst die Stelle hinter den Ohren nicht. Siehst du das kleine Ding? Klebe es hier auf. Dann trag Kunstblut auf den Kragen auf. Lass es ein bisschen am Rand lang tropfen. Trage auch etwas auf das Ding auf. Das sieht super gruselig aus, stimmt's? Oh Gott, ich wusste nicht, dass der Film so gruselig wird. Was ist hinter der Schranktür? Was ist hinter der Schranktür? Oh Mann. Ich werde sterben. Was war das? Hilf mir, Alex. Mandy? Wie? Bitte. Ah! Hey, das lief besser, als ich dachte. Wir wollen hübsch aussehen, nicht gruselig. Puderdusche. Ah, ach. Puh. Oh nee. Was soll denn der Strich da? Oh, das Zeug ist wasserfest. Warte mal, vielleicht hilft ein Taschentuch. Nee, du machst das nur noch schlimmer, Lana. Sieht aus wie ein Schornstein. Na toll. Das war unglücklich. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Das mit dem Taschentuch könnte funktionieren. Lege ein kleines Stück Taschentuch auf deine Wange. Mach es dann mit einem Pinsel nass. Zerreiße das Taschentuch vorsichtig. Der hintere Teil des Pinsels hilft da am besten. Nutze einen anderen Pinsel, um alles zu verflumpen. Jetzt mach noch ein bisschen Kleber auf den Pinsel. Der darf aber nicht giftig sein. Und dann bemalst du damit das Taschentuch. Trage jetzt deine Grundierung auf den Pinsel und bestreiche damit den Kleber. Das sollte anfangen, die Haut auszusehen. Jetzt trage noch einen flüssigen Lippenstift auf den Pinsel. Der kommt aber nicht auf deine Lippen, sondern auf die offene Haut. Vorsicht, nicht, dass was ins Auge gelangt. Mit einem Schwamm kannst du alles vermischen. Benutze einen Concealer, um die Ränder zu touchieren. Man will das Taschentuch nicht sehen. Die rote Kontaktlinse passt perfekt. Bloß gut ist heute Halloween, oder? Oh, total. Ich bin jetzt Make-up-Künstlerin. Wir kommen schon zu spät. Los geht's. Ach, dieses Spiel ist hart. Ich muss mich konzentrieren. Du bist meine beste Freundin, Kissy-Messy. Oh, das sieht lustig aus. Was machst du denn da? Verschwinde! Kann ich mal spielen? Nein, hau ab. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Oh, Limo. Die liebe ich. Hey, die gehört mir. Stell sie wieder hin. Die Blasen kitzeln meine Zunge. Schau, das ist Kissy-Messy. Hör auf zu nerven. Ich meine es ernst. Tust du nicht. Du brauchst nur eine Umarmung. Kissy-Messy gibt die besten Umarmungen. Nimm das blöde Spielzeug weg von mir. Ups, es ist runtergefallen. Alles okay, ich will mehr Limo. Kissy-Messy kann hier sitzen und dir beim Spielen zuschauen. Soll das ein Witz sein? Mh, das ist lecker. Stell die Limo wieder hin. Du machst mich echt wütend. Ähm, ich geh dann mal. So eine Göre. Hm, ich hab eine Idee. Zeit für eine kleine Revanche. Zuerst brauche ich weiße Gesichtsfarbe. Ich benutze einen Pinsel und trage sie im Gesicht auf. Das wird meine Grundierung. Eine dünne Schicht reicht aus. Aber ich will keine Stellen übersehen. Jetzt verwende ich eine dunklere Foundation, damit der Effekt der Konturierung entsteht. Ich gehe über meine Wangenknochen und um meine Nase herum. Ich trage es auch unter den Augen auf. Das wird toll aussehen. Okay, für den nächsten Teil schneide ich die Dose in zwei Hälften. Ich halte sie an meine Stirn und zeichne mit einem Kajal drumherum. Als nächstes brauche ich eine Schüssel mit Kleber und etwas Klopapier. Ich tauche das Klopapier in den Kleber und lege es dann auf meine Stirn. Ich möchte es um den Umriss der Dose herumformen. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Ich will sicher gehen, dass sich das Klopapier etwas von der Haut abwebt. Klemme es einfach etwas zwischen den Fingern ein. Jetzt brauche ich die Dose wieder. Ich drücke sie auf das Toilettenpapier. Sobald alles trocken ist, kann ich es mit Make-up bemalen. Ich möchte, dass es zu meinem Hautton passt. Ich male einfach mehrere Make-up-Schichten darüber. Wenn das erledigt ist, kann ich Kunstblut hinzufügen. Dafür verwende ich einen Pinsel. Ich male es um den Rand des Klopapiers und der Dose. So wird es wie eine Wunde aussehen. Es kann ruhig ein bisschen runtertropfen. So sieht es noch realistischer aus. Ich kann etwas rote Schminke um die Dose und das Toilettenpapier tupfen. Ich bin bereit, Cheryl eins auszuwischen. Das wird dir eine Lehre sein, meine Limo nicht zu trinken. Komm her, Teddy. Ich brauche eine Umarmung. Jasmine war gemein zu mir. Ich werde es Mami petzen. Sie wird ganz viel Ärger bekommen. Nimm das! Hä? Ignoriere mich nicht, wenn ich mit Dingen nach dir werfe. Hast du was gehört? Hast du das gehört? Ich brauche etwas Größeres. Das ist perfekt. Das hast du dir verdient. Das hat wehgetan. Alles okay? Jasmine? Das sieht nicht gut aus. Was ist passiert? Jasmine tut mir leid. Ich habe starke Kopfschmerzen. Was ist denn? Äh, du... Aaaaaaah! Ha! Reingelegt. Ich wusste, dass das klappt. Jetzt kann ich endlich weiterspielen. Wo ist sie denn? Ich freue mich so sehr auf diese Halloween-Party. Möchtest du nicht reingehen? Ich warte noch auf jemanden. Oh Mann! Sein Kekskostüm ist echt cool! Hey! Sorry, bin spät dran! Was hast du denn da an? Naja, immerhin können wir jetzt endlich rein. Moment mal! Nun, du kannst rein, aber sie nicht. Sorry, Babe! Was? Er lässt mich einfach im Stich? Und jetzt ist auch noch mein Make-up ruiniert. Ich muss was tun. Ich entferne mein Make-up. Dann lege ich dieses Taschentuch auf meine Wange und befeuchte es. Das klebt nun von alleine. Muss nur dafür sorgen, dass alles nass wird. Okay, und nun reiße ich es in der Mitte auf. Und dann schiebe ich die Ränder weiter auf. So, das sollte reichen. Und nun brauche ich Make-up Kleber. Ich tupfe ihn über die Ränder und das Tuch. Und auch noch ein bisschen auf meine Haut. Okay, das sollte reichen. Und nun trockne ich es mit einem Füllen. Schön warm. Okay, das ist trocken. Als nächstes kommt Make-up. Ich verwende eine Foundation, die zu meinem Hautton passt. Denn ich möchte das Tuch abdecken, damit es wie meine echte Haut aussieht. Das dauert ein bisschen, aber es lohnt sich. Vor allem, weil es dann richtig realistisch aussieht. Okay, und nun noch etwas Puder zum fixieren. Uh, sieh mal, wie das staubt. Sehr gut, und nun trage ich es über die Foundation auf. Das sieht so gut aus. Und dann noch etwas Kunstblut. Ich trage es in die Dreiecksform auf, die ich vorher gemacht habe. Ich tupfe es bis zu den Rändern auf. Uh, so cool. Und jetzt noch ein paar Tupfer mit dem Schwamm. Fertig. Auf der einen Seite bin ich normal, und die andere Seite ist super gruselig. Die gruselige Kontaktlinse vervollständigt den Look noch. Und nun wird mich niemand mehr im Stich lassen. Oh mein Gott. Oh, du hast mich erschreckt. Du, du darfst reingehen. Endlich, ich hab's auf die Halloween-Party geschafft. Oh wow, sieh dir das an. Hey, sie hat es reingeschafft. Hey. Nix hey, bis dann. Habt ihr Platz für eine Hexe? Komm rein. Juhu. Wenn du mich reinlässt, verspreche ich, brav zu sein. Na dann rein mit dir. Gesegnet seist du. Das wird eine tolle Nacht. Wow, was bist denn du? Eine gruselige Erdbeere? Nope, du kommst hier nicht rein. Das ist nicht fair. Vorsichtig. Pass auf. Bist du okay? Schau dir das an, mein Boss wird ganz sauer sein. Sorry, ich helf dir. Hey, diese Nägel könnte ich gebrauchen. Kann ich sie haben? Klar. Nimm zuerst ein bisschen Gesichtsfarbe. Klebe dann ein Stück Küchenpapier darauf. Bedecke dieses mit noch mehr Schminke. Schneide vorsichtig ein Loch rein, wo dein Mund ist. Male dann deine Lippen mit schwarzer Schminke an. Und Blut darf bei einem gruseligen Kostüm natürlich auch nicht fehlen. Dann stecke vorsichtig die Nägel durch das Papiertuch. Und? Ein einfaches, gruseliges Kostüm. Dann mal ab zum Club. Kann ich jetzt rein? Hey, was habe ich dir gesagt? Keine Früchte. Und was ist? Jetzt. Mami! Dann darf ich wohl rein. Die meisten können um diese Zeit leicht erschreckt werden. Außer Lana. Betty, ich weiß, dass du das bist. Ich habe doch keine Angst vor Klebeband, Betty. Bis dann. Bin ich hier die einzige mit Halloween-Spirit? Das ist eine Menge Plastikfolie. Nimm einen Streifen Plastikfolie und wickle damit deinen Unterarm ein. Mach das so lange, bis du ein paar Schichten hast. Klebe sie dann mit Tape ab, damit sie nicht verrutscht. Schneide dann mit der Schere entlang deines Unterarms. Klebe den Folienarm wieder zu, ohne deine Hand darin. Toller Plastikkörper. Fehlt nur die Beleitung. Klebe die Gobi RGBIC LED Streifen drauf. Nimm das am besten längs. Lege nur deinen größeren Plastikkörper darüber. Noch mehr Klebeband hält alles besser zusammen. Jetzt zu den Armen. Ja, wir brauchen mehr Tape. Und jetzt Showtime. Wir dürfen den Kopf nicht vergessen. Welche Farbe wählen wir mit der Gobi App aus? Ziemlich cool, oder? Das lässt Lanas Blut bestimmt gefrieren. Sie ist zurück. Warum ist es hier denn so dunkel? Oh, das wird fantastisch. Mal sehen. Betty, bist du zu Hause? Haben wir Stromausfall oder sowas? Ich seh mal nach. Es funktioniert. Betty? Was geht denn hier vor? Seh dir nur das Gesicht an. Zeit für die Gobi Gruselbeleuchtung. Sieht doch ziemlich gespenstisch aus, oder? Ich kann sogar die Farben wechseln. Hallo? Bitte tu mir nix. Ich will nicht sterben. Oh Gott. Oh Gott. Mit der App ist das so leicht. Und jetzt wird geblinkt. Das coole Klingeln gibt dir bestimmt den Rest. Moment mal. Das riecht nach Betty. Okay. Du kannst jetzt rauskommen. Ahem. Ach man, ich will doch nur Stimmung machen. Indem du mir einen Herzinfarkt verpasst? Na, zumindest sind die Lichter ganz cool. Zombie ist so gelangweilt. Zeit für eine Pause. Seid pünktlich wieder da für den Rest des Unterrichts. Ah, endlich. Ich bin am Verhungern. Gut, dass ich die Snackbox und das Getränk eingepackt habe. Oh, das riecht gut. Ich kann es kaum erwarten, was zu essen. Was essen Zombie, wenn kein Hirn da ist? Oh, Würmer. Hat gut, dass Pflanzen hier stehen. Braucht keinen Salat. Mach's gut. Das sieht gut aus. Frische Erde bedeuten leckere Würmer. Oh, gut. Was geht da drüben vor sich? Die geht. Würmer lecker. Würmer nach Hirn, mein zweitliebstes Essen. Die ist Würmer und Dreck. Ich glaube, ich habe meinen Appetit verloren. Vielleicht hat sie nichts anderes zu essen. Zombie, möchtest du was von meinem Kuchen haben? Zombie, mach einen Streißel. Dann ist es wie Dreck. Nein, Zombie Ava. Du sollst das nicht essen. Zombie haben gute Idee. Eww, bitte isst nicht mein Gehirn. Oh, warte. Das ist eine gute Idee, Zombie Ava. Zuerst brauche ich einen leeren Blumentopf und natürlich Kuchen. Jetzt genau das machen, was Zombie Ava getan hat. Zerbrösel den Kuchen, bis er nur noch aus Krümen besteht. Die Krümen im Topf sehen aus wie Erde. Und fertig, der ganze Kuchen ist zerbröselt. Nächster Schritt, Gummiewürmer. In den Topf kommen sie mit dem zerbröselten Kuchen und dann ist es Zeit, den falschen Dreck und die falschen Würmer zu essen. Zombie Ava, du hast recht, das ist köstlich. Zombie ist guter Freund. Hier, Wurm von Zombie. In Ordnung, Klasse. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Pause. Was geht denn hier vor sich? Esst ihr Würmer? Ach du meine Güte, dafür werde ich nicht genug bezahlt. Hallo, Frau Lehrerin. Möchten Sie was von unserem Snack? Nee, möchte ich nicht. Niemals. Okay. Zombie muss trinken. Spinnen sagt es gut. Das ist richtig entspannend. Ein kleiner süßer Kürbis. Was war das? Wahrscheinlich nichts. Hä? Hallo? Wer ist da? Erwischt. Das war so lustig. Das ist nicht cool. Aha. Ich nehme einen Ball aus Knete. Und befestige ihn um meinen Finger herum. Benutze Gesichtsfarbe, um das Ganze zu verblenden. Mach ganz vorsichtig ein Loch in die Knete. Und dann noch etwas Theaterblut. Haha. Ein gruseliger, blutiger Finger. Perfekt. Zeit, ein kleines Workout zu machen. Das ist viel zu leicht. Nimm dich besser vermonstern in acht. 1002. Ah! Mein Finger! Ah! Dein Finger! Oh, es tut so weh. Hilf mir, bitte. Keine Panik. Ich kann erste Hilfe. Okay. Ich bin da und helf dir. Was zum... Es ist nur Fake. Reingelegt. Wir sind quitt. Das ist nicht lustig. Der Song ist toll, oder? Hey, ich habe dir einen Drink mitgebracht. Äh, was soll das? Sie drängelt sich einfach dazwischen. Unfassbar, dass sie mir einfach den Typen wegschnappt. Bringt ihm einfach ein Getränk. Ah! Sieh mal an! Tintenfische! Ja! Ich glaube, ich kann da was gegen unternehmen. Okay, dafür brauche ich etwas Maskenton. Ich drücke ihn flach und wickele ihn um meinen Daumen. Ich drücke ihn rundum an und forme eine Spitze. Und dann glätte ich alles. Okay. Das sieht ziemlich gut aus. Jetzt brauche ich noch diese kleinen Kreise. Ich klebe sie der Länge nach an. Das ist gut so. Und jetzt noch etwas Farbe. Mit einem Pinsel trage ich diese rosane Farbe auf. Sie passt zu meinem Hautton. Sieht sehr gut aus. Und jetzt noch die anderen Finger. Yes! Voll gut! Alles klar, dann setze ich mal meinen Plan in die Tat um. Da sind sie. Sie amüsieren sich ja immer noch prächtig. Oh! Er scheint zu gehen. Das ist meine Chance. Ich werde ihr eine Lektion erteilen. Wer bin ich? Monsterhände! Monsterhände! Wo ist sie hin? Oh, sie musste weg. Aber ich nehme den gerne. Willst du ein Halloween für Aufsehen sorgen? Nimm schwarze Körperfarbe zum Ausfüllen. Der Fläche um deine Lippen herum. Jetzt zur Klebermischung. Gieß etwas Schulkleber in eine Schüssel. Gib dann noch etwas Mehl dazu. Reiße etwas vom Küchenpapier ab. Und dann mische alles. Trage es rund um dein Kinn auf. Eine dickflüssige Konsistenz ist hier wichtig. Was du falsche Fingernägel rumliegen? Schneid sie so zurecht. Nimm etwas Farbe. Und benutze einen Schwamm, um den Fingernagel einzufärben. Siehst du, wie sich das vermischt? Perfekt! Jetzt mache ich daraus Zähne. Sie kleben perfekt in der Klebermischung. Nimm dann Foundation, um alles zu verblenden. Und vergiss deine Lippen nicht. Jupp, eine Runde rum. Topfe dann mit einem Schwamm Kunstblut auf deine Wangen. Es kann nie genug Blut sein, stimmt's? Und das war's. Dein Eingriff ist schief gelaufen. Entspann dich. Zieh dir diese fantastische Party rein. Juhu! Wow, sein Kostüm ist der Hammer. Ich könnte einen Arztbesuch vertragen. Ich würde auf jeden Fall rüber gehen. Hey, tolles Kostüm. Du hast nur die Hälfte gesehen. Hast du Angst vor ein paar Zähnen? Ahhhh! Hahaha, Angsthasen. Und du kommst hierhin. Sieht ganz gut aus, wenn ich das so sagen darf. Ich bin der Schrecken, Daddy. Äh, was? Das? Ich hab mein Kostüm noch nicht an, Blödmann. Dieses Jahr wird mein Kostüm der Burner. Allerdings ganz ohne Hut. Aber ich hab noch was in der Hinterhand. Das hab ich so lange aufgehoben. Ist das nicht wundervoll? Und in meiner Lieblingsfarbe. Bereit? Abracadabra! Was denkst du? Äh, wie alt bist du denn? Warte? Nein? Aber ich war schon immer gerne Feenprinzessin. Ma, du hast recht. Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Aber mir fällt grad was viel besseres ein. Ich brauch nur ein bisschen Zeit. Dafür brauchst du einen Zylinderhut. Und ein paar RGBIC LED Streifen. Einfach den Streifen um den Hut wickeln. Sieht jetzt vielleicht komisch aus, aber warte nur, bis der Hut leuchtet. Die Streifen kannst du auch an deiner Kleidung anbringen. Längsstreifen passen zu dem Blazer. Dann einfach einstecken und es werde nicht, Leute. Aber was das Coolste daran ist, ist, dass du das Licht mit der Govi App steuern kannst. Wenn du sie gedownloadet hast, öffne die App, lock dich ein, wähle dein Licht aus und fertig. Du kannst die Streifen kabellos mit deinem Telefon anpassen. Bereit alles zu zeigen? Ähm, Mädels, schaut euch mal mein Kostüm an. Ziemlich cool, oder? Äh, komm schon, was haltet ihr davon? Äh, cool? Ach, ihr habt ja noch gar nicht gesehen, was es drauf hat. Los geht's! Das synchronisiert sich mit der Musik. Ein echter Hingucker auf einer Party, oder? Diese Govi LED Streifen sind total nett. Und du kannst jede Farbe einstellen, wie du willst. Oder du stellst einfach den automatischen Tabletzel ein. Bang, bang, nimm das! Happy Halloween, mein Süßer! Kannst du mir mit der Dekoration helfen? Oh ja, Mami, sehr gern! Das gruselige Skelett kommt hierhin. Mami, diese Spinnennetze greifen dich an! Schreckliches Toilettenpapier, yeah! Ein furchtentflößendes Gesicht auf den Ballons. Vorsichtig! Ups! Oh, ich hab's! Bist du okay? Fertig, Mami! Tada! Oh, danke, Schätzchen! Geh und spiel mit deinem Roboter! Ich weiß, was ich damit mache. Schäle die Wassermelone. Schneide vorsichtig Rillen hinein. Schneide vorsichtig Rillen hinein. Und mach das einmal ganz herum. Lege das Ganze in eine große Schüssel mit ein paar Fake-Augen und fülle zuletzt noch Limo hinzu. Und dann hast du ein schwimmendes Gehirn im Glas. Oh, Schätzchen! Willst du ein bisschen Gehirnsaft? Lecker! 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 Lecker!